Die nächsten Wochen täglich acht, zwölf Stunden trainieren, hupf, 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 dann singen, spiel mit den ganz Jungen. Ganten Jungen. Ja, das ist gut fürs Hüfterl und für die Schenkerl. Ja, wir werden wieder jung und knackig. Ich bin jung und knackig. Ja, sicher. Sup, sup, sup. Ah, uh. Oh weh. Altwein ist nix für Feiglinge. Denke an einen Mann. Ganz weiche Hände, zarte Fingerkuppen. Ah, Wahnsinn. Das ist... Besser als sechs. Ja. Nein. Sechs ist gut. Ja, so viel und so oft wie möglich. Damit du dir nicht mit 80 denkst, hätte ich nur. Ja, wobei im Rückblick ein paar hätte ich auslassen können. Ich auch. Weißt du, was mich ärgert? Dass die Leute immer glauben, wir Schauspielerinnen sind privilegiert mit den Sex-Szenen und den Bett-Szenen. Dabei ist das völlig unerotische, harte Arbeit. Wenn's kalt ist, hast du garantiert dein kleines Kleiderlern und frierst. Und wenn's heiß ist am Pölzmantel, da kommen keine erotischen Spannungen auf. Da kämpft jeder und man muss warten. Immer warten. Aber du übertreibst. Ich mein, natürlich haben die Leute Sex miteinander. Zum Beispiel der Theatergraderobe oder im Wohnwagen am Filmset. Und es ist ja auch logisch, dass die miteinander Sex haben, weil wenn du stundenlang zwangsperrt bist, stundenwochenlang miteinander zu tun hast und wartest und wartest, da entstehen logischerweise so Spannungen und dann braucht's Donnerstags-Demos gegen Schwarz-Blau. Das war doch mutig-muttig. Kultiviert. Perfekt. Habe ich so ein silbernes Pfeil von Kopf und wo ich liet an? Treffen am Stephansplatz, dann marschieren zum Ballhausplatz. Ganz angenehm in Ruhe demonstrieren, ohne Brügelei und es hat sehr viel Sinn gehabt. Warum? Weil jetzt sind alle Gangster von Urteilen bestraft und eingesperrt. Ach so? Sag mir, kannst du irgendwas von mir gelten lassen? Musst du immer rumnörgeln? Du kannst überhaupt nicht mitreden, weil du warst bei keiner einzigen Demonstration. Du hast dich feig versteckt im Europäischen Parlament, während ich auf der Straße. Was hast du gemacht bei deinem Gastspiel in Europa? Das weiß nämlich keine Sau. Gut. Vielen Dank.